Marina, dein Einkaufstag startet. Du hast dich in der Vorstellung für die Polarregion entschieden. Auch an dich die Frage, ob dein Outfit schon vor deinem geistigen Auge ist oder musst du alles nochmal erforschen und schauen? Ich habe mir schon so einen kleinen Plan zurechtgelegt. Schauen wir mal, ob es klappt. Das Klappen wird auch ein bisschen abhängig davon sein, dass man Zeit und Geld im Blick behält. Hast du eine Shoppingbegleitung ausgewählt, die auch eine gute Hilfe ist? Auf alle Fälle. Und die Aufregung noch im Griff? Na ja, so gut habe ich nicht geschlafen, aber das kriegen wir schon im Griff. Wir haben ein Sekt dabei, das regen wir. Dann auf in den Shopping-Tag. Tschüss. Viel Spaß. Tschüss. 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 Schau mal, die Tasche würde schon gut zu dir passen. Stimmt. Das ist eigentlich voll da jetzt. Oder? Ja. Oh, Marine ist schon mal. Ist ja auch schön. Kann ich euch irgendwas helfen? Aber wenn du einen weißen Mantel hast, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ich glaube wir müssen den Schuh nochmal gucken, wenn wir den Rest haben. Ich glaube wir sollten erst mit dem Mantel schauen. Ja. Und dann nach was anderem. Wir sehen uns nochmal. Kein Problem. Gerne. So. Okay. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist schon schön, aber es ist nicht so winterlich. Oder so ein Winterrock. Ja. Aber das ist glaube ich jetzt nicht so dein Style, ne? Der ist super süß, aber das ist tatsächlich... Ja. Du weißt ja, mit dem Gold und so. Weil die Marina ist nämlich eher Silberfan. Ja. Wow. Schaut mega schön aus. Wirklich mega, mega schön. Aber eigentlich ist sie ganz cool, ne? Ja. Und jetzt eine weiße Jacke da drüber. Ein weißer Pullover. Ja. Da ist sie dann schon... Ja, macht schon einen guten Popas. Ja. Macht schon einen guten Popas. Ja. Schau mal, das ist... Schau mal drauf. Ja. Wie findest du das? Schein gut. Ist auch süß. Auch Polarregion. Mhm. Ist das brau oder lila blassblau? Wobei das... Wenn es ein bisschen blau wird, würde ich es wissen. Oh, ist das weich. Aber irgendwie schaut es schön cool aus. Vor allem ist das auch Polarregion. Der ist echt cool. Der ist echt cool. Zur Beruhigung gibt es jetzt erstmal einen Sekt. Ne? Haben wir uns verdient. Wir haben zwar noch nichts gekauft, aber den haben wir uns verdient. Macht nix. Schön. Die finde ich echt cool. Ja. Finde ich gut. Gefällt mir. Ja. So cool. Das ist echt cool, oder? Nimm die jetzt. Echt cool. Mega. Ich finde die echt gut von der Farbe her. Jetzt müssen wir nur schauen, ob sie erst steht. Ja. 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 Das ist richtig. Ist gut. Ja, ne? Die ist wirklich geil. Die schaut auch voll hochwertig aus. Obwohl die nicht teuer ist. Also geil. Ich finde die echt cool. Ist wirklich sehr schön. Ja, die geht mir auch super. Und die büschige? Die! Die ist gut! Und ein Klauch! Hallo! Und? Sie hat sogar Teddy-Jacken! Teddy-Taschen! Genau! Die ist cool! Das ist mehr deins! Passt gut dazu! Weißt du was? Dann habe ich Handschuhe und Mütze! Ja eben! Ciao! Auch süß! Auch Ohrringe und ein Ring! Ja, so ein Ring würde man schon treiben! Oh mein Gott! Das ist echt ganz süß! Ja! Die ist cool! Die auch zur Mosche passen! Ja, voll! Die ist cool! Ist auch Silber mit deinem Silberschmuck! Auch sehr schön! Fällt mir! Schon geil oder? Ja! Fällt mir gut! Ja! Also sie haben eine artige, eine weiße Mütze! Den haben wir uns verdient! Oder? Ach Mist! In der Klappehaus habe ich auch was gefunden! Nein! Du nimmst den? Ich nehme den! Können wir auch was machen? Ja! Schöne! Shopping-Begleitung! Unser Geld! Unser erstes Geld! Muss ich ausgeben? Ja! Das ist in der erste Laden, wo wir was kaufen! Sehr schön! Schön, dass du auch mit der Tasche rausgehst! Toll! Geht's in den Schuhgras! Jawoll! Jetzt brauchen wir noch die Schuhe! Und dann? Ja! Ganz geil! Die habe ich schon beim reinlaufen gesehen! Die sind echt schön! Also die würden gut das zu passen! 39er! Passt drauf! Das hat zwar jetzt so ethisch, wenn man jetzt das sagt Polar, aber... Ich finde den eigentlich auch ganz cool! Ist ein wenig schlechter! Ich weiß nicht, ob die zur Jacke passt! Aber ich würde mal reinschlüpfen! Einfach mal ausprobieren! Genau! So! Zurück! Zurück! Back! Oha! Alles halber Preis! Geil! Aber das ist Gold! Ah! Das ist... Oh Mann! Aber auch die grünen! Das stimmt! Was ist das hier? Das, was silberne ist! Das ist eine silberne Brillenkette! Die ist cool! Die ist echt ganz cool! Die schaut halt auch stylisch aus! Ja, das ist ja... Und ist da ein Gurt dabei? Da ist ein Gurt dabei! Oder in Schwarz Marina! Ist auch schön! Aber die ist schonmal... Die ist mit Silber! Die ist Silber! Das ist schon auch cool! Guck mal! Die gefällt mir auch gut! Hat was, gell? Cool! Danke! Und? Das hält mir gut! Das ist schön! Fällt mir gut! Ist auch cool! Aber die würde ich eher so tragen! Ja! Die ist schon auch cool! Ist mal anders! Hallo! 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 Ich mach mal ein bisschen! Ich mach mal einen! Mit den schwarzen Bändern! Der ist qualitativ super! Und die Absteckung ist super! Weißt du? Ja! Sieht auch schön aus! Qualitativ ist das! Tschüss! Ciao! Das ist ganz geil! Aber die Brine so lebt es leider nicht so! Das ist für die Größe! 35! Das ist ja ganz cool eigentlich, oder? Finde ich auch nicht schlecht! Fällt mir auch gut! Der ist echt cool! Gibt es denn in der 39? Schau mal ganz aus! Sonderpreis! Achso! Das ist der andere! Den du da willst! Wer ist denn Robert? Das passt halt aber nur weiter! Naja! Wobei! Wir haben so viele Knöpfe! Wir können ja ein bisschen experimentieren! Achso! Sind es jetzt die oder die? Das sind die! Wieso? Findest du die besser? Finde ich auch gut! Ich finde die auch cooler! Okay! Hallo! 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 Die sind mega! Zählen wir den Mantel dazu machen! Die sitzen! Ja! Also ihr seid Fan von den Schuhen? Ich finde sie voll gut! Ja! Hallo! Hallo! Lieben wir? Ja! Ist geil! Lieben wir? Ist voll gut! Ist echt schön! Ja! Wichtig schön! Wobei die ist schon cool! Die sind so saucool! Danke schön! Ein Moment! Der Kassenzettel kommt hier! Auf zur Sonnenbrille! Okay! Hallo! 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 Das ist halt so Kola ein bisschen! Und? Wie ist die? Ganz cool! Danke! Die ist echt ziemlich cool! Voll! So! Mit unseren letzten 7 Euro nehmen wir den! Der ist gut! Der ist gut, oder? Ja! Danke! Oh Gott, kaum anstrengend, so gehen wir es anziehen. Samarina, dein Shopping-Tag ist auch beendet, wie gestern hast du ein sehr warmes Outfit, bei dir war die Polarregion, der hat fast danach geschrien, dass du in diese Richtung gehen musst und mittlerweile hast du deinen Mantel entledigt, wie bist du jetzt mit deinem Outfit zufrieden? Rundum zufrieden, es ist genau so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben und ohne meine Shopping-Begleitung wäre ich echt fix und fertig gewesen, also es ist perfekt, gelaufen. Habt ihr die Zeit ziemlich ganz ausgenutzt, ist es recht stressig geworden am Schluss? Hinten raus haben wir schon erstmal nochmal in die Stadt rein, weil man es auch zum Streb wollte, die Schuhe holen, also wir hatten ein wenig Stress, aber es hat geklappt. Und am Samstag steht jetzt das Finale an, auch ein wenig Aufregung? Ja, ich will gewinnen. Ja. 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 Ja.